Gut, kommen wir zur ersten Fragerunde. Ich hatte angekündigt, wir beginnen mit der Fraktion Dissidenten. Herr Schulte-Wissemann, bitteschön. Sehr geehrter Herr Donhauser, es geht um Wohngeld und Wohngeldanträge. Am 2. April berichtete die Sächsische Zeitung, dass dem Sozialamt 7.624 offene Wohngeldanträge vorlagen, es trotz Personalzuwachs noch immer unbesetzte Stellen gäbe und durch die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrags rund drei Monate dauere. Meine erste Frage lautet daher, wie ist der Bearbeitungsstand zum heutigen Tag? Dankeschön. Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann. Die Karte steckte nicht richtig drin. Vielen Dank für Ihre Anfrage, Herr Dr. Schulte-Wissemann, die ich gern wie folgt beantworte. Zum heutigen Stand sind 7.329 Wohngeldanträge in der Landeshauptstadt Dresden unbearbeitet. Und wie Sie richtig darstellten, liegt die Bearbeitungszeit weiterhin bei rund drei Monaten. In diesem Zusammenhang ist auch ganz klar herauszustellen, dass wir viele Neueinstellungen in den letzten Wochen und Monaten organisiert und auch Schritt für Schritt einsetzen können als neue Kolleginnen. Aber die Einarbeitungszeit benötigt eben etwas Zeit, um eine gute fachliche Produktivität dann auch in der Bearbeitung der Anträge zu erreichen. Okay, vielen Dank soweit. Das führt mich zu meiner Anschlussfrage, die sich ebenfalls auf eine schriftliche Anfrage von mir aus dem Jahr 20, AF 0468, daran anknüpft. Damals habe ich gefragt, warum in Dresden so viel mehr Informationen abgefragt werden in dem Antrag zu Wohngeld, als eigentlich notwendig ist. Weil eigentlich muss man nur drei Sachen wissen. Anzahl der zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder, Höhe des wohngeldrechtlichen Gesamteinkommens und Höhe der zuschussfähigen Miete. Aber in Dresden wird auch noch Sachen gefragt, wie wem gehört welches Gerät und wer wohnt da alles und gibt es ein gemeinsames Konto und es gibt auch Überprüfungen vor Ort. Und Sie haben damals geantwortet, oder der Oberbürgermeister hat damals geantwortet, das sei notwendig, um Missbrauch zu verhindern oder was weiß ich. Deswegen meine Frage jetzt, warum werden nicht einfach die drei Kategorien abgefragt, die eigentlich ausreichen müssten, um einen Wohngeldantrag zu bescheiden? Zuallererst werden grundsätzlich alle eingehenden Anträge nach Eingang bearbeitet. Die, oder der vorgeschlagene Prüfablauf von Ihnen als eine Verkürzung dargestellt, würde schlussendlich für die Kolleginnen und Kollegen des Sozialamtes zu einem doppelten Prüfaufwand und damit im langen Lauf zu einer Verdopplung auch der Bearbeitungszeit führen. Sie stellen leider, sag ich mal, die Bearbeitung als ein sehr einfaches Prüfverfahren dar. Unsere Recherchen ergeben, dass die Prüfung in anderen Städten ähnlich lang und aufwendig ist, weil eben eine oberflächliche Prüfung in dieser Weise so seitens des Gesetzgebers als nicht gesetzeskonform dargestellt wird. Wir begehen keine Wohnsituation im Normalfall. Bei über 7.000 offenen Anträgen ist klar, dass das gar nicht leistbar ist. Aber wir arbeiten eben auch die Einkommenssituation und die Wohnsituation insgesamt ab. Und hierbei gilt es eben sehr umfängliche Prüfmaßnahmen, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, dann auch zu bearbeiten. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Kommen wir zur AfD-Fraktion. Herr Lommel, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, der Mitvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch die BDR GmbH und den Eigentümern des Erlebnisbades Ilbermache im Dresden-Gorbitz soll im März 2025 auslaufen. Bezüglich der zukünftigen Nutzung des Bades ergeben sich folgende Fragen. Erstens, fanden oder finden bereits Gespräche mit den Eigentümern über die Zukunft des Bades statt? Welche Planungen seitens der Landeshauptstadt Dresden liegen für das Erlebnisbad Elbe-Mahre vor? Welche Planungen der Landeshauptstadt Dresden gibt es insbesondere mit dem Blick auf das Schulschwimmen sowie Schwimmkurse, wenn das Bad geschlossen würde? Mit welchen Investitionskosten rechnet die Landeshauptstadt Dresden derzeit für einen Weiterbetrieb des Erlebnisbades Elbe-Mahre? Und schließlich, in der Landeshauptstadt Dresden wird insgesamt mehr Wasserfläche zum Schwimmen benötigt, unabhängig von der konkreten Zukunft des Elbe-Mahre. Bekennt sich die Stadtverwaltung dazu, dass im Stadtteil Gorbitz auch in Zukunft ein Schwimmbad den Einwohnern zur Verfügung steht? Vielen Dank. Danke schön. Die Beantwortung würde ich selbst übernehmen. Zu der Frage, fanden bzw. finden Gespräche mit den Eigentümern über die Zukunft des Bades statt, kann ich das bestätigen. Zu diesem Thema gibt es derzeit ergebnisoffene Verhandlungen und Abstimmungen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Da muss ich sowieso dazu sagen, es ist ja Entscheidung letztendlich der Beta-GmbH bzw. des Aufsichtsrates. Trotzdem werden wir natürlich als Stadtrat uns beteiligen im Sinne, und das ist dann auch schon die zweite Antwort, welche Planung liegen für das Elbe-Mahre vor, in Begriffen, dass wir natürlich die Beta-Konzeption fortschreiben. Ich hatte ja zugesagt, das soll ja heute auch dann schon beschlossen werden, aber ich hatte zugesagt, dass wir vor der Sommerpause die Fortschreibung der Beta-Konzeption im Gremienlauf haben. Das wäre jetzt ein Vorgriff, wenn ich schon daraus berichten würde, wie wir uns das als Verwaltung bzw. dann als Vorschlag an die Beta-GmbH vorstellen. Wie gesagt, wir vorstellen, vielleicht hat der Stadtrat ja noch ganz andere Überlegungen oder will das andere Sachen noch priorisiert werden. Insofern würde ich heute die Antwort erstmal hier schuldig bleiben und darauf verweisen, dass wir dort eine Antwort geben werden, wenn es um die Fortschreibung geht. Dasselbe geht in die Richtung, wenn nach den Wasserflächen oder der ausreichenden Kapazität von Wasserflächen in Dresden abgehoben wird. Auch das wird Bestandteil sein der Fortschreibung der Beta-Konzeption. Und was die Investitionskosten angeht, hat die Beta-GmbH, sie ist jetzt nicht zuständig für die Immobilien, hat die Beta-GmbH mal überschlagen und geht von einem Sanierungsbedarf von ca. 20 Millionen Euro aus. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit der Grünen-Fraktion und Frau Fius-Jene, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Beigeordneter, liebe Kolleginnen und Kollegen, es stehen ja zurzeit mehrere Führungspositionen zur Besetzung aus im Rathaus, darunter diverse Amtsleitungspositionen. Uns ist nun aufgefallen, dass einige nur intern ausgeschrieben werden, statt wie eigentlich üblich bei solchen wichtigen Stellen auch extern. Meine Frage ist daher, wer legt fest, welche Stellen nur intern ausgeschrieben werden und eben welche wie üblich eigentlich auch extern. Und nach welchen Kriterien erfolgt dies? Dankeschön. Auch die Frage würde ich übernehmen. Über die Freigabe von internen und externen Ausschreibungen, Amtsleiter Ausschreibungen entscheidete Oberbürgermeister. Dabei wird unter anderem das Potenzial an möglichen internen Bewerbern bzw. Bewerberinnen zugrunde gelegt. Es gibt eine Verpflichtung, zur externen Ausschreibung gibt es nicht. Herr Plaus, Amtsleiter Personal, war ja in der Grünen-Fraktion gewesen, hatte dort nochmal informiert. Damit es auch alle wissen, hatten wir uns dazu entschieden, das heute auch in die Antwort mit reinzupacken. Die Landeshauptstadt Dresden prüft jeweils, inwiefern interne Kandidatinnen und Kandidaten geeignet sind. Grundsätzlich gilt immer, die Bestenauslese, was für eine interne und externe Ausschreibung spricht, abzuwägen, ist bei der sehr guten Qualifikation der internen Kandidatinnen und Kandidaten, inwiefern eine externe Ausschreibung sinnvoll ist. Dagegen spricht der längere Auswahlprozess sowie die eigenen Ziele im Rahmen unserer Arbeitgebermarke und Attraktivität, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Führungspositionen zu fördern. Karrierechancen für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ermöglichen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Personalpolitik. Und vielleicht, damit das auch nochmal öffentlich bekannt ist, sind zwei Amtsleiterausschreibungen intern derzeit. Das eine ist die Ausschreibung für das Rechtsamt und die andere ist die Ausschreibung für das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ist auch bei den internen Ausschreibungen dann davon auszugehen, jenseits der Argumente, die Sie jetzt gerade angeführt haben, dass da eben gerade beim Thema Amtsleitung, wo wir uns ja immer alle einig sind, da ist die fachliche Ebene. Bei der beigeordneten Diskussion haben wir ja mal ein bisschen anders diskutiert. Da kommt ja im viel stärkeren Maße auch die politische Ebene mit rein. Also inwieweit kann jetzt gewährleistet oder ist gewährleistet bei den internen Ausschreibungen, dass dann auch diese fachliche Grundlage jeweils auf jeden Fall mit vorhanden ist? Also bei beiden, Rechtsamt und AI, können Sie ausgehen, dass das gewährleistet ist. Gut, kommen wir zur nächsten Frage, linken Fraktion, Frau Dr. Geitsch, bitte. Sehr geehrter Herr Donhauser, meine Frage betrifft ja den Masterplan Prolis. Insofern ist es sehr ungünstig, da der Herr Oberbürgermeister heute nicht da sein kann. Denn das ist ja speziell das, was er für Prolis ins Leben gerufen hat. Am 28. Februar fand im Kaufzentrum Prolis eine bemerkenswerte Ausstellung zur Umsetzung des Masterplanes Prolis statt. An eine Pinnwand konnten BesucherInnen Wünsche an die weitere Ausgestaltung dieses Masterplanes schreiben. Deutlich waren Wünsche, die sich auf die Verbesserung der personellen Ausstattung der sozialen Arbeit im Wohngebiet oder und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation von Menschen, die im Wohngebiet leben, richteten. Weil infrastrukturelle Maßnahmen allein machen das Leben ja noch nicht lebenswerter. Denn leider gehört das Wohngebiet Prolis zu den Stadtvierteln, in denen ein großer Teil der Kinder von Armut bedroht sind und in dem Menschen von einer dürftigen Rente leben müssen. So nur ganz kurz zur Beschreibung. Meine Frage, was soll getan werden, um in diesen Bereichen Abhilfe zu schaffen? Was soll getan werden, um die finanzielle, die soziale Situation der in Prolis lebenden Menschen zu verbessern? Dankeschön. Auch diese Frage übernehme ich. Im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans Prolis 2030 Plus wurden unter anderem die Stadtteilakteure und die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils sowie weitere Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Beteiligungsformaten und zuletzt in der erwähnten Abschlussveranstaltung eingebunden. In den Diskussionen wurden Ziele, Handlungsfelder und ein Maßnahmenkatalog, der neben infrastrukturellen Maßnahmen ebenso nicht-investive Maßnahmen beinhaltet, erarbeitet. Das nun erstellte Konzept zum Masterplan Prolis, welches einen umfangreichen Maßnahmenplan enthält, wird über eine Stadtratsvorlage, die sich derzeit in der Geschäftsbereichsabstimmung befindet, demnächst in die Gremien eingebracht und dort zunächst in den zuständigen Fachausschüssen des Stadtrates beraten. Diesen Abstimmungsprozess will der Oberbürgermeister an dieser Stelle nicht vorgreifen, aber zumindest ein paar Aspekte benennen, die bereits mit Ende 2022 beschlossenen Haushaltssatzungen 2023 und 2024 als Schwerpunkte beschlossen und damit abgesichert werden konnten. Ein wesentlicher Schwerpunkt im nicht-investiven Bereich ist und bleibt die Investition in unsere Bildungsstrategie, die fortgesetzt und ausgeweitet werden soll, unter anderem Pilotvorhaben, im Familienschulzentrum an der 122. Grundschule. Auch die Fortsetzung der Suchtprävention, der Aufbau vor Angeboten der Volkshochschule, auch im Stadtrat so beschlossen, in Prolis und die Fertigstellung und Betrieb des Bürgerhauses Prolis, Paletschow, sind wichtige Maßnahmen. Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen, weil Sie das gerade auch angesprochen haben, betrifft ja auch Ihren Bereich. Könnten Sie noch ein paar genauere Ausführungen dazu machen sollen, was konkret getan werden soll, um die Schulsituation so zu verbessern, also qualitativ so zu verbessern, dass auch in Prolis, in die Schule gehen, die Kinder signifikant mehr das Gymnasium besuchen können? Da können wir uns auch gerne mal extra treffen, weil das würde jetzt eine halbe Stunde dauern, wenn ich alles aufzählen würde. Aber ich sage mal, in der neuesten Entwicklung ist es so, auch dank Haushaltsbeschluss vom Dezember sind die Schulen mit dabei, wenn es um die Verstärkung von Sekretariaten geht. Das ist ja eine wichtige Maßnahme als erste Anlaufstelle. Wir sind dabei, an der 122. Grundschule ein Familienschulzentrum aufzubauen. Dort werden wir im übernächsten Jugendhilfeausschuss vielleicht schon als Ankündigung einen Sachstandsbericht abgeben, wie wir dann 2023, 2024 mit dem neuen Schuljahr also starten wollen. Und wir haben natürlich in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule beziehungsweise SMK auch diese Stuhl weiter im Blick zu behalten, was Schulassistenzsysteme angeht, wo Lehrerinnen und Lehrer durchaus auch unterstützt werden können, um die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern noch besser gewährleisten zu können. All das steht natürlich im Fokus. Das würde ich auch nicht verschweigen. Das wird Thema im neuen Schulnetzplan sein, dass natürlich immer mehr Unterstützungssysteme in die Schulen kommen, berechtigterweise, aber da natürlich auch der Platz da sein wird. Auf jeden Fall gibt es eine Reihe von Maßnahmen, wo wir der Meinung sind, da sind die Schulen dann in Zukunft besser aufgestellt als heute. Dankeschön. Gut, gehen wir weiter. Nächste Frage, Herr Böhm, CDU-Fraktion. Ja, lieber Bürgermeister Jan Donhauser, mit einigermaßen Erschrecken habe ich der Presse entnommen, dass es beim Gymnasium Leo offensichtlich zu einer Verschiebung kommen könnte mit der Eröffnung. Ich gehöre nun auch zu denen, die im Bauausschuss das ziemlich schlechte Konzept von der Verwaltung einstimmig mit abgelehnt haben. Dann machen wir uns natürlich ein bisschen Sorge, dass das dazu führen kann, dass das Leo erst später möglicherweise eröffnet werden kann. Und deswegen ein paar Fragen zu dem Thema, wie schaut es mit der Baugenehmigung an? Ist es zutreffend, dass wegen der fehlenden Baugenehmigung das Gymnasium nicht zeitlich wie geplant eröffnet werden kann? Was hat es für Folgen für die Baukosten und für die Schulnetzplanung? Was sind die Gründe für die Nichterteilung? Wann ist vor allen Dingen mit einer Baugenehmigung zu rechnen? Und ich tue gleich die letzte Frage noch dranhängen, wie ist der aktuelle Stand zum weiteren Vorgehen hinsichtlich der Komplettgenehmigung? Also sprich, was machen wir jetzt da mit der Bodenwache? Okay, die Frage übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Böhm, aufgrund der fehlenden Baugenehmigung kann die Betriebnahme des Gymnasiums Leo am Standort nicht wie geplant zum Schuljahresbeginn 2025, 2026 beginnen. Der Bauablaufplan war mit zwei Jahren für den großen Schulstandort, der ging von Baubeginn im März diesen Jahres aus, schon immer sehr ambitioniert. Im Finanzierungsplan ist der Rahmen des Baubeschlusses so, dass eine 10-prozentige Kostensteigerung pro Jahr unterstellt ist. Derzeit ist die Baumaßnahme mit 62 Millionen veranschlagt. Aktuell befindet sich das Gymnasium Leo im Interimstandort Bertelsdorfer Straße und wird entsprechend der Fortschreibung der Schulnetzplanung aus 2017 bis zum Umzug auf den Standort Bodenbacher Straße dreizügig geführt. Der geplante Zeitraum am Interimstandort Bertelsdorfer Weg verlängert sich entsprechend mit der Verzögerung des Projektablaufes auf der Bodenbauer und führt zu räumlichen Kapazitätsengpässen am Interimstandort. Bei der Planung des neuen Schulstandorts Bodenbacher Straße wurde vom Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften von Beginn an hingewiesen, dass dieser Standort aus verkehrlicher Sicht problematisch ist. Nach Bestätigung der Vorlage mit der Standortentscheidung Bodenbacher Straße mussten die Planungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zusätzlich in den Arbeitsplan aufgenommen werden und in den Haushaltsplan. Dabei wurden zwei Wege verfolgt. Einerseits geht es um die abschnittsweise grundsätzliche Änderung der angrenzenden Bodenbacher Straße, andererseits um temporäre Zwischenlösungen bis zu deren Umsetzung, damit eben der Schulbetrieb aufgenommen werden kann. Es ist dann so gewesen, dass wir beim Planungskonzept für den Ausbau der Bodenbacher Straße eine zusätzliche Flächenanspruchnahme bei Umfällungen und Eingriff in private Grundstücke weitgehend vermeiden wollten, um eine zusätzliche Umsetzung zu unterstützen. Das bedeutete einen vergleichsweise kurzen Zeitraum zwischen Inbetriebnahme der Schule und Umbau der Bodenbacher Straße. Diese Planung führte allerdings zu einer grundlegenden Veränderung der Verkehrslage mit der gemeinsamen Führung zur ÖPNV und des Kfz-Verkehrs. Da sich daraus ergebenden Folgen im Ausschuss für Standbewegung und Bau dafür für diesen Lösungsansatz keine Akzeptanz gefunden hat, der ja in der Umsetzung nicht mit dem Planfeststellungsbeschluss verbunden wäre, sondern auf Basis des Bauungsplans, ist eine Überarbeitung der Planung erforderlich. Das beinhaltet im Ergebnis der Diskussion im Bauausschuss die Gleislagen und die Straßenfahrbahn weitgehend zu belassen und eine Verbreiterung für den Rad- und Fußverkehr mit der Folge von Grunderwerb, der eben über den Bebauungsplan hinausgeht. Zudem wird die bisherige Planung hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten für die Straßenbahn geprüft, Stichwort ÖPNV beschleunigen. Damit ist anzunehmen, dass der Zwischenzustand in Betriebnahme mit Interimsmaßnahmen und Ausbau der Bodenbauerstraße länger dauert als bisher geplant. Vor diesem Hintergrund sind die bisher vorgesehenen temporären Maßnahmen für den Zwischenzustand zu überprüfen, da der Zwischenzustand mit Aussicht auf eine Umbaugrundlage der Baugenehmigung ist. Die Baugenehmigung kann erteilt werden, wenn die für diesen nur längeren, dauernden Zwischenzustand die notwendigen Maßnahmen abgestimmt sind, die dafür notwendigen Untersuchungen werden, bis Ende April ein Ergebnis liefern. Wenn die dort ausgewiesenen Interimsmaßnahmen bestätigt werden und mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Interimsmaßnahmen zum Zeitpunkt in Betriebnahme des Gymnasiums umgesetzt werden, ist die Erteilung der Baugenehmigung in der 19. Kalenderwoche möglich. Das ist die erste Maiwoche. Zur Ausbauplanung der Bodenbauerstraße werde ich im Übrigen eine Arbeitsgruppe mit unter Beteiligung aller Stadtratsfraktionen einrichten, damit wir zügig eine mehrheitsfähige Ausbauplanung auf den Weg bringen können. Eine kurze Nachfrage, Herr Bürgermeister, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie haben ja viel gesagt mit vielen blumigen Worten, aber ich sage mal, terminlich können wir jetzt damit rechnen, dass also in der ersten Maiwoche dort diese Baugenehmigung kommt und dass dann sozusagen das Gymnasium Leo spätestens zum darauf folgenden Schulhalbjahr dann ans Netz gehen kann? Oder ist das jetzt immer noch von Unwägbarkeiten umfasst? Also zum derzeitigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass die zusätzlichen Interimsmaßnahmen, da geht es um sichere Querungshilfen beispielsweise, soweit in der nächsten Woche bei der finalen Beratung bestätigt werden. Und wenn das der Fall ist, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann steht eine Erteilung der Baugenehmigung darauf folgenden Woche nicht entgegen. Der Bauablaufplan mit zwei Jahren Bauzeit für diesen großen Schulstandort ist ja sehr ambitioniert. Wenn es so wird, wie ich es signalisiert habe, gehe ich davon aus, dass die Stesat, wenn es nicht Überraschungen beim Bauen gibt, in der Lage ist, dann zum Halbjahr sozusagen, also im Winter 26, dass die Schule dann in Betrieb genommen werden kann. Dann muss aber im Bauablauf sozusagen alles glatt gehen. Aber vom Prinzip her, vom bisherigen Bauablaufplan, denke ich, ist das möglich, wenn auch gleich anspruchsvoll. Vielen Dank für den Zeitpunkt der Baugenehmigung. Da werden wir Sie beobachten. Wir hoffen, dass das funktioniert. Danke. Ich persönlich erteile die Baugenehmigung nicht, aber ich informiere regelmäßig im Ausschuss gerne. Okay, schönen Dank. Kommen wir zur SPD-Fraktion, Herr Dröws. Ja, sehr geehrter Herr Donhauser. Im Mai wird der Stadtrat über die Einrichtung der mobilen Raumeinheiten zur Unterbringung der Geflüchteten hier in der Stadt entscheiden, um es gleich auch klar vorauszuschicken. Die SPD-Fraktion wird diese Vorlage auch unterstützen. Dennoch wirft die aktuelle Debatte in der Stadt und auch die Positionierung einzelner Fraktionen hier im Stadtrat. Die Frage auf, was eigentlich passiert, wenn diese Vorlage im Stadtrat abgelehnt werden sollte. Der Oberbürgermeister hat ja bereits angekündigt, dass der Plan B darin besteht, die Messe und Turnhallen zu belegen. Und dazu würde ich gerne nachfragen, welche Turnhallen in welchen Stadtteilen werden konkret betroffen und welche Auswirkungen hätte dies für den Schul- und Vereinssport in unserer Stadt? Die Antwort gibt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Trebs. Also welche Turnhallen konkret betroffen werden, kann so pauschal noch nicht gesagt werden. Es hängt letztlich davon ab, ob der Stadtrat beispielsweise alle Standorte von mobilen Raumeinheiten ablehnt oder nur vereinzelte Standorte oder beispielsweise an einzelnen Standorten, die Kapazitäten verringert. Ich freue mich, dass gestern die Stadtbezirksbeiräte in Kota und in Blasewitz die Vorlage bestätigt haben. Sollte der Stadtrat Einzelstandorte ablehnen oder die Kapazitäten verringern, werden wir umgehend prüfen, welche Turnhallen als erstes belegt werden können und welche so lange wie möglich nicht für die Unterbringung genutzt werden sollten. Klar ist, Turnhallen, welche für die Unterbringung von Menschen im Kontext Flucht und Asyl sozusagen genutzt werden, stehen im Schul- und Vereinssport nicht zur Verfügung. Und je weniger der Standorte der mobilen Raumeinheiten bestätigt werden vom Stadtrat, desto mehr Turnhallen müssten belegt werden. Ich will nochmal sagen, wir werden dieses Jahr mit schätzungsweise 2200 Personen im Kontext Flucht und Asyl gemäß Prognose aufnehmen. Damit hat man schon mal eine Größenordnung. Ziel ist es und sollte auch die des Stadtrats sein, dass wir in eine solche Situation nicht kommen. Deshalb wollen wir das unbedingt vermeiden. Das ist Aufgabe und das ist weiter Ziel über Angebote privater, hier die Kapazitäten sicherzustellen für die Unterbringung. Aber es braucht eben auch die Bereitschaft des Stadtrats, den Vorschlägen zu folgen. Denn ansonsten müssen wir auf die Messe, der Oberbürgermeister hat es gesagt, und auf die Turnhallen zurückgreifen. Unser Ziel ist es aber, will ich auch an der Stelle nochmal sagen, dass die mobilen Raumeinen eine temporäre Nutzung darstellen. Ziel ist, eine dauerhafte Vorhaltekapazität aufzubauen für die Unterbringung von Menschen im Kontext Flucht und Asyl. Und hierzu wird es vor der Sommerpause auch noch eine Stadtratsvorlage entsprechend geben. Vielen Dank für die Ausführungen, die jetzt nicht wirklich eine Antwort auf die Frage war, weil die Frage war eigentlich sehr eindeutig formuliert, nämlich was passiert, wenn die Vorlage in Gänze abgelehnt wird und nicht, wenn irgendwas reduziert wird oder so. Deswegen bin ich von der Antwort schon ein bisschen enttäuscht und würde doch sehr stark auch anregen, dass der Stadtrat zumindest vor der Entscheidung am 11. Mai auch klar darüber informiert wird, wenn diese Vorlage abgelehnt wird, welche konkreten Konsequenzen das hätte, weil das gehört zur Ehrlichkeit dieser Debatte dazu. Und da Sie es heute nicht gesagt haben, sollten Sie es vielleicht in den nächsten drei Wochen dann doch uns zumindest auch nochmal schriftlich nachreichen. Um es vielleicht nochmal klarer zu formulieren, sollte die Vorlage gänzlich abgelehnt werden und sich die Zahl der aufzunehmenden Geflüchteten mit 2.200 bestätigen und im Moment deutet nichts darauf hin, dass die Prognosen nicht valide sind, denn wir haben im ersten zurückliegenden Quartal 2023 eine höhere Einreisesituation als im ersten Quartal 2022. Also wir nehmen immer die Ukrainerinnen und Ukrainer raus. Dann müssen wir davon ausgehen, dass letztendlich weitgehend jede Turnhalle mit Geflüchteten belegt werden muss oder eben zusätzlich ergänzend die Messe. Danke. Danke schön. Wir machen weiter mit der FDP-Fraktion. Holger Zastrow, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, die Energieeinsparverordnung des Bundes ist ja nun Gott sei Dank endlich ausgelaufen. Das heißt, wir können unsere repräsentativen Gebäude wieder anstrahlen. Das tun auch nahezu alle in Deutschland, weit und breit. Holger Zastrow hat es auch Leipzig erklärt, dass man es wieder macht. Jetzt gab es aufgrund von Medienanfragen eigentümliche Äußerungen aus der Stadtverwaltung und seitens des Freistaates. Ich habe in irgendeiner Zeitung gelesen, dass man in Dresden auf zum Beispiel das Anstrahlen des Rathausturmes und anderer Gebäude verzichten will. Das würde mich interessieren, wie es da tatsächlich der Stand. Und wenn man das tatsächlich machen möchte, dann warum? Weil wir ja alle wissen, das ist ja auch schon oft geschrieben worden, dass die Einsparmaßnahme lapidar war im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen, die man gemacht hat oder auch machen könnte. Und was Dresden natürlich besonders betrifft, ist, wie sieht es eigentlich mit der historischen Stadtzulöte und den historischen Gebäuden aus? Sie sind ja nicht im Eigentum der Stadt, sondern wir sind ja darauf angewiesen, dass der Freistaat dort entsprechend handelt. Und da würde mich interessieren, was unternimmt eigentlich die Stadt Dresden, um jetzt auf den Freistaat zuzugehen, auf die Landesregierung zuzugehen und auch dort die Irritation auszuräumen? Denn das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ich erinnere an den legendären Masterplan Licht, der für viel Geld hier mal eingeführt worden ist. Es wurden auch große Investitionen in die moderne LED-Technik bei den historischen Gebäuden ja gesteckt. Das heißt, was tut eigentlich die Stadt Dresden, um dafür zu sorgen, dass das Land das Licht anknapst und dasselbe betrifft auch private Eigentümer, Stiftung Frauenkirche, wo ich auch eine Irritation heute wahrgenommen habe. Das kann ja nicht ernst gemeint sein. Das ist meine Frage. Dankeschön. Auch hier übernimmt die Antwort Herr Kollege Kühn. Also die besagte Verordnung ist richtigerweise, wie dargestellt, ausgelaufen. Das heißt aber nicht, dass die Energiekrise beendet ist und damit der Bedarf Energie einzusparen, zumal die Energiekosten ja weiterhin hoch sind. Deshalb wären städtische Gebäude, die mit LED ausgestattet sind, also mit energieeffizienter Beleuchtung oder Gebäude, wo es erhöhte Sicherheitsanforderungen gibt, angestrahlt. Beispielsweise also das Stadtmuseum auf der Wilsthofer Straße oder eben der Goldene Reiter am Neustädter Markt. Beim Rathaus und insbesondere beim Rathausturm haben wir noch alte Technologien, die noch nicht umgerüstet sind, die also sehr energieaufwendig, also sozusagen nicht energieeffizient sind und damit kostenintensiv. Deshalb hat der Oberbürgermeister entschieden, dass wir das nicht anstrahlen. Die Brücken werden wieder angestrahlt, da haben wir die modernen LED-Technologien. Bei den Brunnen ist es genauso. Also die Brunnen-Saison geht sowieso jetzt los und auch bei den Brunnen gibt es ja eine Beleuchtung, auch die wird wieder angestellt. Der Freistaat Sachsen und die Stiftung Frauenkirche entscheiden das selbstständig über ihre Außenwirksamkeit, ihre Gebäude und den verbundenen Energieverbrauch. Es ist derzeit nicht vorgesehen, diesbezüglich an die Organisationen heranzutreten, weil es in deren Entscheidungsgewalt liegt. Ich habe eine Nachfrage. Da habe ich mich wahrscheinlich verhört jetzt, weil es ja am ureigensten Interesse der Stadt Dresden liegt und der Bürger und der Tourismuswirtschaft von ganz, ganz vielen, dass diese historische Stadtsurzette wieder angestrahlt wird. Das ist ja erster Auftrag für eine Stadtspitze, dort aktiv zu werden, bei Michael Kretschmer anzurufen und dafür zu sorgen, dass die was machen. Weil das, was Sie gesagt haben, Vorbildwirkung, was ich gelesen habe in einer Zeitung, kann ja auch so nie ganz stimmen, weil wer jetzt nach Pillnitz fährt, sieht, dass die eigene Landesimmobilie, Schloss Pillnitz, angeleuchtet wird. Die leuchtet jetzt. Auch Moritzburg ist angeleuchtet. Ich glaube auch Schloss Albrechtsberg ist angeleuchtet. Das kann ja irgendwie nicht ernst gemeint sein. Und da frage ich jetzt, meine Stadtspitze, was tun Sie dafür, damit wir in dieser Stadt wieder vernünftige Situationen bekommen, für den Tourismus, aber auch für die Menschen, glauben Sie es mir, ist das so? Ist das ein wichtiges Signal, was wir auch dringend brauchen nach dieser schwierigen Zeit, die hinter uns liegt? Und das kann ja wohl nicht die Antwort sein, zu sagen, wir tun nichts. Ich wiederhole mich, dass es die Entscheidung des Freistaats Sachsen sind, bzw. der Stiftung Frauenkirche. Und wenn ich zum Hörer greifen würde und mit Michael Kretschmer sprechen würde, würde ich jetzt beispielsweise dringende Fragen wie die Finanzierung der Unterbringung von Flucht und Asyl oder beispielsweise die ÖPNV-Finanzierung thematisieren, weil das für den kommunalen Haushalt und für die Herausforderungen, die wir als kommunale Pflichtaufgabe haben, die weit dringenderischen Herausforderungen sind, muss ich so klar sagen. Okay, Sie sind überlastet. Ich nehme es zur Kenntnis. Dann werden wir es anders klären. Keine Angst. Danke. Dann schönen Dank. Und zum Abschluss der ersten Fragenrunde, Fraktionen, Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Kretschmer, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, am letzten Wochenende gab es in Geschäft auf der Prager Straße eine Verfolgungsjahrt zwischen dem Sicherheitsdienst des Geschäftes und einer mit Waffenmessern bewaffneten Gruppen von Jugendlichen. Von Einzelhändlern, Citymanagement und Dresden erhält man ähnliche Erfahrungsberichtungen, Einschätzungen. Die Kriminalität auf der Prager Straße und deren Umfeld ist deutlich gestiegen. Organisierte Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen sind auf Raubzügen und sind immer häufiger mit Wässern bewaffnet. Auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik wird die Prager Straße sowie die komplette Bereich ringsum die Zentrumgalerie als Kriminalitätsschwerpunkt aufgeführt. Dazu meine Fragen. Welche konkreten Maßnahmen werden derzeit von städtischer Seite im Zusammenhang mit der Polizei unternommen, um die Kriminalität in der Innenstadt zu senken und somit die Sicherheit der Arbeitnehmer, Kunden, Anwohner und Besucher zu erhöhen? Ist eine Waffenverbotszone im Bereich der Prager Straße und Umsetzung umsetzbar, um die Sicherheit zu erhöhen und wenn nein, aus welchen Gründen nicht? Zweitens, wie viele Stellen hat das Ordnungsamt? Wie viele Mitarbeiter hat das Ordnungsamt aktuell besetzt? Wie viele Mitarbeiter sind konkret auf der Prager Straße, um die Sicherheit der Dresdner zu gewährleisten? In der Haushaltsdebatte stimmte der Stadtrat im letzten Jahr mehrheitlich eine Aufstockung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes um 20 Mitarbeiter zu. Wie viele dieser Mitarbeiter werden konkret eingesetzt, hier speziell auf der Prager Straße und im weiteren Umfeld, um Sicherheit und Ordnung zu sicherzustellen? Ließe sich dadurch die schon lange von der Politik versprochene Sittichstreife wieder reanimieren? Dankeschön. Die Antwort übernimmt Frau Kollegin Jenigen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Genschmer, danke für Ihre Frage. Ich schicke voraus, ich werde das jetzt zusammenfassend beantworten, um die Zeit nicht zu überdehnen und Sie kriegen es gerne, auch die Zahlen schriftlich. In Kenntnis der Situation hat die Stadtverwaltung bereits vor längerer Zeit Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Die Polizei hat die Lage analysiert und darauf aufbauend in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt ein Einsatzkonzept entwickelt, das seither intensiv umgesetzt und zusätzlich mit der Begründung der BAO Juventus um eine zentrale Komponente ergänzt wurde. Eine BAO ist eine besondere Aufbauorganisation, das heißt also, zur Polizei intern arbeiten verschiedene Organisationseinheiten, also zum Beispiel Kripo-Bereitschaftspolizei zusammen. Das bedeutet dieser Begriff. Dieses beinhaltet neben der intensiven polizeilichen Ermittlungsarbeit bei uns auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, weil es eben um Jugendkriminalität geht. Mit Blick auf die langfristige stadtplanerische Entwicklung gab es zudem im Herbst vergangenen Jahres eine Ämterbegehung, um insbesondere auch aus der Perspektive der baulichen Kriminalprävention, also der Aufwertung, den Wiener Platz und sein Umfeld in Blick zu nehmen, unter anderem durch Begrünung, Umgestaltung, Pflanzen. Das Thema Sicherheit ist seither ein Teilbereich, der im Rahmen der Taskforce Innenstadt ressortübergreifend von der Stadtverwaltung vertieft in den Blick genommen wird. Derzeit steht die Stadtverwaltung im engen Austausch mit der Polizeidirektion, Vertreterinnen und Vertretern des Handels und des Citymanagements. Im Mittelpunkt steht dabei in der Tat die Frage, ob und in welchem Umfang der Wiener Platz und die Prager Straße durch einen zusätzlichen privaten Sicherheitsdienst, danach fragten sie, ins Auge genommen werden kann, um das Sicherheitsgefühl und die soziale Kontrolle zu erhöhen. Und es wurde natürlich angeregt, alle Akteure gut zu vernetzen, das vorhandene Wissen auszutauschen und weitere Handlungsansätze zu identifizieren. Grundsätzlich ist dabei festzustellen, ich habe das selber vom Polizeipräsidenten bei meinem Antrittsbesuch auch gehört, dass sich so bundesweit auch vergleichbar im Kontext der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 22 durch das BKA beschrieben, in der Massivität der Jugendkriminalität erhebliche Veränderungen ergeben haben, die offenbar gesamtgesellschaftlich bedingt und wahrscheinlich auch eine Spätfolge der Pandemie sind. Das zeigt sich nicht nur in der Innenstadt, sondern räumlich auch in anderen Schwerpunkten im Stadtgebiet. Hier kommt erschwerend dazu, dass die Bahnhofsvorplätze aufgrund ihrer Lage und Verkehrsangebieten natürlich in Großstädten immer problembehaftet sind und dann eben ressortübergreifend an Lösungen gearbeitet werden muss. Nach meinem Wissen war eine Waffenverbotszone dabei bisher nicht im Gespräch, weil die könnte ja, wenn das als letztes Mittel notwendig wäre, nur umgesetzt werden, wenn sie durch die Polizei mit umfangreichen Kontrollen durchgesetzt werden könnte. Da bestünde die Frage, ob das die notwendigen Ergebnisse seitens der Polizei auch bringen würde. Also das ist jetzt mein Informationsstand. Zu Frage 2. Sie fragen nach dem Ordnungsamt. Ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie das auf den gemeindlichen Vollzugsdienst beziehen und dem würde ich jetzt antworten. Der gemeindliche Vollzugsdienst verfügt über 175 Planstellen, also nach Standhaushaltsbeschluss, von dem derzeit 41 Stellen unbesetzt sind. Das verteilt sich wie folgt, Abteilungsleitung ist besetzt, Sachgebiet Stadt, Ordnungsdienst und zentraler Innendienst ist besetzt mit einer unbesetzten Stelle und so auch die Sachgebiet Führungs- und Einsatzzentrale. Aber das Sachgebiet besonderer Einsatzgruppe ist jetzt mit 49 Stellen, mit 16 Stellen unbesetzt, von 49. Und das Sachgebiet Verkehrsüberwachung mit 64 Stellen, davon sind 23 unbesetzt. Das betrifft im Wesentlichen den ruhenden Verkehr mit 58 Stellen und 22 unbesetzten Stellen. Im Februar, wir sehen auch intern im Ordnungsamt natürlich die Prager Straße als einen Kontrollschwerpunkt von mehreren, so fanden im Februar 23 gemeinsame Streifen mit den zuständigen Bürgerpolizisten, insbesondere im Bereich des Wiener Platzes, der Prager Straße und im Umfeld Stadt. Da kamen zum Beispiel 19 Bedienstete der besonderen Einsatzgruppen zum Einsatz. Näheres zu den Stundenzahlen dann in der schriftlichen Antwort, im März gab es ebenfalls gemeinsame Streifen mit den zuständigen Bürgerpolizisten in diesem Bereich mit 23 Bediensteten der besonderen Einsatzgruppe. Die zusätzlichen Planstellen, die Sie durch den Stadtratsbeschluss genehmigt haben, jetzt können wir Ihnen umsetzen, das ist schön, sind jetzt noch nicht besetzt, weil die Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Es werden laufend Stellen ausgeschrieben, teilweise müssen auch noch Arbeitsplätze geschaffen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, so jetzt im Moment die Praxis, dass nicht alle Stellen besetzt werden können, weil es nicht ausreichend Bewerberinnen und Bewerber gibt. Die derzeitigen Bewerbungsverfahren sollen im Mai, Juni diesen Jahres abgeschlossen werden. Erstmal schönen Dank für die schon relativ umfangreiche Beantwortung. Wir warten auf die schriftlichen. Ich gestatten Sie mir trotzdem noch mal eine kurze Nachfrage. Wie wird die Ordnung und Sicherheit, zum Beispiel die Einhaltung der Sonder- und Werbesatzung im sogenannten arabischen Viertel ringsum das Rundkino kontrolliert? Durch wen und wie häufig wird hier kontrolliert und mit welchen Erkenntnissen? Die Sondernutzung in diesem Quartier wird vorrangig durch die Bediensteten des Stadtordnungsdienstes im Rahmen ihrer Präsenzstreifen kontrolliert. Ich hatte den Einsatzschwerpunkt dargestellt, das gehört natürlich dazu. Auch die Bediensteten der besonderen Einsatzgruppe kontrollieren das mit. Etwaige Verstöße werden natürlich zur Anzeige gebracht und über Verstöße wird in dem Fall das zuständige Straßen- und Tiefbauamt informiert. Spezielle Erkenntnisse zu diesem Quartier sind in der Stadtverwaltung nicht bekannt. Dankeschön. Und dann steigen wir in die zweite Fragerunde ein und beginnen wieder mit der Fraktionsdissidenten. Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr Dunhauser, ich frage zur Transparenz im Zusammenhang mit Stadtratsbeschlüssen und die Einhaltung derselben, in seiner Sitzung am 15.07.2022 hatte der Stadtrat beschlossen, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden zu beauftragen, Verhandlungen mit der Bonovia zum Erwerb von bis zu 3.000 Wohnungen aufzunehmen. Die Verhandlungsergebnisse einschließlich des Business-Planes ist dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Ferner hatte der Stadtrat in derselben Sitzung beschlossen, drei kleine Punkte, a. frühzeitig für Transparenz zu sorgen, wie die Finanzierung des Ankaufs der 3.000 Wohnungen erfolgen soll, b. regelmäßig über den Fortgang der Verhandlungen im Stadtrat zu berichten, c. halbjährlich im Ausschuss für Soziales und Wohnen sowie im Finanzausschuss über den Stand der Umverteilung der Belegungsrechte zu berichten. In einer Beschlusskontrolle vom 23. Januar 2023 informierte uns der OB darüber, dass, ich zitiere mit der Bonovia AG, ein Übergang der am Ende in Frage kommenden Wohnungen zum September 2023 erfolgen soll. In derselben Beschlusskontrolle kündigte der Oberbürgermeister an, dass zur Erfüllung des Stadtratbeschlusses im ersten Quartal 2023 eine umfassende Berichterstattung im federführenden Ausschuss Soziales und Wohnen sowie Finanzen erfolgen solle. Daraus resultiert die Frage, warum wurde der Beschluss des Stadtrates zur Transparenz und zur Unterrichtung der zuständigen Ausschüsse nicht erfüllt? Und wie gedenkt der Oberbürgermeister die Erfüllung der mit der Bonovia getroffenen Vereinbarung eines Abschlusses der vorgesehenen Käufe bis September 2023 zu realisieren? Und wann soll der Stadtrat in welcher Form involviert werden? Dankeschön. Auch diese Frage würde ich übernehmen. In der bereits benannten Beschlusskontrolle vom 23. Januar hatte der OB den Stadtrat über den aktuellen Sachstand des laufenden Prüfverfahrens zum Ankauf von bis zu 3.000 Wohneinheiten berichtet. Unter anderem darüber, dass die Vorsondierung abgeschlossen wurde und sich nun mal auf Basis des Ergebnisses der Vorauswahl, das heißt der rund 3.500 Wohnungen, sich ein tiefergehendes Prüfverfahren anschließt und hierfür Ausschreibungen für die externe Begleitung der betriebswirtschaftlichen und technischen Prüfung parallel vorbereitet und initiiert wurden. Die Gutachter konnten entsprechend noch im ersten Quartal 23 vertraglich gebunden und die Arbeit unverzüglich aufgenommen werden. Das tiefergehende Prüfverfahren, welches unter einer mit Vonovia vereinbarten besonderen Vertraulichkeit und in Fehlerführung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft durchgeführt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Der wesentliche Teil der Prüfung soll bis Ende Juni 2023 abgeschlossen werden. In Abhängigkeit des Finanzierungskonzeptes und sich daraus ergebende Bankgenehmigungsprozesse wird der weitere Zeitplan konkretisiert. Über den Projektzwischenstand und das weitere Vorgehen wird der OB entsprechend im Laufe des zweiten Quartals 23 informieren. Eine Zwischeninformation zum Projektstand wird der OB im nächsten dafür federführenden Ausschuss für Finanzen am 2. Mai geben. Darüber hinaus wurden Ihnen im Rahmen der beantragten und derzeit laufenden Akteneinsicht entsprechende Unterlagen zum aktuellen Verfahrensstand zu Ihrer Einsichtnahme bereitgestellt. Danke. Gestatten Sie mir die Nachfrage, abgesehen davon, dass ich habe ja konkret vorgelesen, was der Stadtrat beschlossen hat, in welche Form auch dieser Transparenz zu erfolgen ist, dass das natürlich leider mit Ihrer Antwort nicht so gewährleistet ist. Aber es knüpft sich dann die direkte Frage an, wenn Sie sagen, bis Ende Juni sei diese vertiefte Prüfung erforderlich, danach haben wir eine Sommerpause, heißt das konkret, dass der mit der auch von Novia vereinbarten Zeitplan mit einem Abschluss der Käufe bis September damit auch völlig unrealistisch wird, wenn der Stadtrat noch in geeigneter Form zu involvieren ist? Das hatte ich ja gesagt, der Zeitplan wird auch noch konkretisiert werden müssen und auch da denke ich, das nehme ich nochmal mit, wird dann vor der Sommerpause auch entsprechend informiert werden. Das heißt aber im Grunde genommen, dass der Zeitplan obsolet ist, was September angeht? Wenn Sie das traustlos folgern, ja. Okay, machen wir weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Vatterlein, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, mit der Vorlage V2082 aus 23, Unterbringung Asylsuchender Menschen, Standorte zur Errichtung von Unterkünften in modulare Bauweise, mobile Raumeinheiten sollen an neuen Standorten in Dresden Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber entstehen. Dazu bitte ich um Beantwortung folgender Fragen. Erstens, wie lange sind die Mietlaufzeiten für die anzumietenden Container? Stimmt es, dass die Container für zehn Jahre angemietet werden, die Asylstandorte aber nur für zwei Jahre vorgesehen sind? Zweitens, wann und wie ist die Ausschreibung für die Container erfolgt? Und drittens, erfolgt für die Schaffung der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber ein Rückgriff auf die bereits vorhandenen Schulkontainer? Dankeschön. Hier übernimmt Kollege Kühn. Sehr geehrter Herr Vetterlein, eine Anmietung von zehn Jahren von mobilen Raumeinheiten ist nicht vorgesehen. Es erfolgt auch noch keine Anmietung von Containern. Die Laufzeit der jeweiligen Mietverträge wird sich an den jeweiligen Standorten konkreten bauordnungsrechtlich zugelassenen Nutzungen orientieren. Es gab auch noch keine Ausschreibung, da die Standorte und damit der Leistungsumfang noch nicht feststehen. Die Vorlage ist ja bekanntlich noch gegenständlich im federführenden Ausschuss nächste Woche und am 11. Mai im Stadtrat. Sofern sich vorhandene nicht in Nutzung befindende Container grundsätzlich für eine Verwendung und den Einsatz im Kontext der Herstellung der besagten Vorlage benannten Standorten in einigen, also die Schulkontainer, die Sie ansprachen, wird diesem konkreten Einzelfall zu prüfen sein und zu beurteilen, aber hierzu liegen jetzt im Moment noch zum jetzigen Planungsstand noch keine Erkenntnisse vor. Wir befinden uns ja in der Phase der Vorplanung. Vielen Dank. Trotzdem noch eine Nachfrage, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Heißt das, dass wenn die Ausschreibung erfolgt, erfolgt die Anmietung dann nur für zwei Jahre? Gegenständlich ist ja in der Vorlage, dass diese mobile Raumeinheiten für 24 Monate pro Standort genutzt werden sollen und wir haben uns ja bewusst auch wie in der Vorlage auch dargestellt beziehungsweise in der Präsentation der Vorlage dahingehend entschieden, dass wir aufgrund dieser Übergangsinterimsnutzung, auf die wir hier zurückgreifen müssen, diese Container auch nicht kaufen, sondern nur mieten. Insofern ist das ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die dahinter steht und deshalb ist das zunächst für zwei Jahre vorgesehen. Dankeschön. Kommen wir zur nächsten Frage. Thorsten Schulze, Grünen-Fraktion. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Frage befasst sich mit der Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags in unseren Dresdner Kitas. Im Gesetz über die Kindertageseinrichtungen oder auch kurz sächsisches Kita-Gesetz wird unter § 2 in Aufgaben und Zielen im ersten Absatz formuliert. Ich zitiere. Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege begleiten, unterstützen und ergänzen die Bildung und Erziehung des Kindes in der Familie. Sie bieten dem Kind vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten über den Familienrahmen hinaus. Sie erfüllen damit einen eigenständigen Alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Der sächsische Bildungsplan ist die Grundlage für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dieser wird vom Staatsministerium für Kultus erstellt und weiterentwickelt. Soweit die gesetzliche Grundlage. Wir diskutieren momentan ja die Fortschreibung des Kita-Fachplanes und in dieser Fortschreibung des Fachplanes Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für 2023-2024 wird unter anderem berichtet. Die Diskrepanz zwischen der Erwartung an die pädagogische Arbeit und den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten steigt immer weiter. Und weiterhin eine zweite Aussage. Es fehlt an Zeit, Kinder durch strukturierte Lernbegleitung zu unterstützen und es fehlt an Zeit, Kinder in herausfordernden Situationen Handlungsoptionen zu vermitteln. Das ist eine sehr harte Kritik und diese Diskrepanz von Anspruch und Alltag in der fehlenden Zeit für die Kinder selbst liegt in der Fach-Kind-Relation, die laut Aussage im Fachplan weit unter dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel liegt. Auch die durchgeführten Elternbefragungen kommen zu dem Ergebnis, dass in vielen Einrichtungen ein schlechter Betreuungsschlüssel und ständiger Personalmangel herrscht. Soweit die Aussagen. Jetzt mal eine Anfrage dazu. Wie plant der Eigenbetrieb Kita und das Amt für Kindertagesbetreuung die Personalstruktur an die gewachsenen Aufgaben und diese Diskrepanz von Anspruch bzw. gesetzlichem Bildungsauftrag in dem Alltag als Betreuungsort in den kommenden Jahren anzupassen und die mittlerweile fehlenden Grundkompetenzen bei unseren Kindern beim Eintritt in die Grundschulen künftig wieder zu vermitteln? Ich habe dann noch zwei Nachfragen dazu. Ich weiß nicht, Herr Kiesling ist, glaube ich, gerade nicht dran betreten. Okay, die Frage übernehme ich also grundsätzlich nochmal in der Pauschalität. Was fehlende Grundkompetenzen haben, kann ich so nicht unterstreben. Es gibt Kinder, denen es aus bekannten Gründen viel, viel schwerer fällt, Kompetenzen zu erwerben. Und da bin ich auch der Meinung, müssen wir auch weiter dranbleiben, um die Bedingungen, ich sage hier nur Bildungsstrategie bzw. Kita hoch 2, so weiterzuentwickeln, dass wir dort mit einem verstärkten Personaleinsatz, den uns ja dankenswerterweise auch der Stadtrat wiederum bestätigt hat, dafür zu sorgen, dass eben individuelle Förderung auch gewährleistet ist. Grundsätzlich müssen wir aber feststellen, und das war auch nochmal der Ansatz von Frau Krohmann im Jugendhilfeausschuss, als sie vortrug, werden die Anforderungen, und das ist nicht nur in der Kita so, das ist auch genauso in der Schule so, die Anforderungen an unsere Pädagogen immer höher, insofern höher, dass wir nicht unbedingt das alleine zurückführen können, dass es bestimmte Eltern nicht mehr leisten können, sondern auch darauf zurückführen müssen, dass viele Prozesse in den Einrichtungen laufen, insbesondere Schulen laufen, Thema Digitalisierung, die also die Pädagogen insbesondere fordern und dass es dort sehr wünschenswert wäre. Und jetzt komme ich wieder auf die Kitas, und dort sind wir auch im Gespräch mit der Landesregierung, den Personalschlüssel zu verbessern. Jetzt sehe ich Herrn Bogdan da hinten, wir reden schon sehr lange, Herr Bogdan ist der Personalratsvorsitzende vom Eigenbetrieb Kita, wir reden schon sehr lange mit dem Land darüber, versuchen auch einzuwirken über ein SSG, was das Kita-Gesetz angeht, dass entsprechend dort Regelungen reinkommen, die es ermöglichen, dort eine Verbesserung des Personalschlüssels herzustellen. Und da ist es auch eine Aufforderung, nicht nur an mich, sondern an uns alle, mit unseren Kontakten in die Landesregierung, in die Koalitionsfraktionen hinein dafür zu sorgen, dass dort ein stärkeres Gewicht auf Personalstrukturen gelegt werden, weil das gute Kita-Gesetz des Bundes hat ja schon mal gute Voraussetzungen geschaffen, was die Unterstützung der Finanzierung der Länder angeht. Aber Länder können dann auch wieder eigenverantwortlich entscheiden, in welchem Bereich der Kitas entsprechend diese Gelder investiert werden. Also es ist eine Sache, wo wir wirklich dranbleiben müssen, damit wir nicht nur unsere Pädagogen überfordern, sondern dass wir auch sichern können, unter dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit, dass wir auch sichern können, dass die Startchancen für die Kinder bei Eintritt der Schule, aber auch nicht nur bei Eintritt in die Schule, sondern auch schon bei Eintritt in die Kita gerecht sind. Das war jetzt nicht direkt eine Antwort auf meine Frage dann, aber festzustellen ist ja auch, und das ist ja auch, sage ich mal, im Fachplan jetzt in der Fortschreibung nochmal rausgestellt im Diagramm, also wir haben aktuell einen Betreuungsschlüssel dann im Krippenbereich von 1 zu 8, 8 statt 1 zu 5, wie gesetzlich vorgeschrieben, im Kita-Bereich dann sind wir sogar bei 1 zu 19 dann entgegen dem Grund, eigentlich dann von 1 zu 15, das ist eine eigene Aussage, also auch dann die eigene Planung sozusagen, oder jetzt auch dann der Staat selber dann, jetzt nochmal die Nachfrage dazu dann, also wie plant der Eigenbetrieb, mit welchen Personalkosten für den Kita-Bereich, also Krippe und Tod eingeschlossen, plant der Eigenbetrieb ab den Jahren 2025 und folgende, um auch diesen Betreuungsschlüssel dann wirklich, so wie er gesetzlich vorgeschrieben ist, zu erfüllen und diesen Bildungsauftrag entsprechend dann auch umsetzen zu können. und ich bitte auch nochmal dann in der schriftlichen Beantwortung, das war jetzt nicht mit eingereicht, wie viele Überlastungsanzeigen liegen bei dem Eigenbetrieb Kita aktuell vor und wie viele Hinweise oder Problemanzeigen bzw. Briefe von Elternvertretungen gibt es auch aktuell. Also wir erreichen auch als Fraktion immer mal noch die ein oder andere Beschwerde dazu. Okay, zu den Haushaltmitteln, der Eigenbetrieb plant laut von Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzungen mit einem Personalaufwand von knapp 176 Millionen Euro für das Jahr 2025. Für das Jahr 2026 beläuft sich der geplante Aufwand bereits auf ca. 180 Millionen Euro und 27 auf ca. 183 Millionen Euro. Die Personalplanung erfolgt gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Das muss ich nochmal ganz deutlich darstellen, weil wir sonst ja in die Gefahr kämen, dass wir die Betriebserlaubnis für die Einrichtung oder Einrichtung verlieren würden, um das hier auch nochmal öffentlich klarzustellen. Und ich hatte bereits erwähnt, das wird man aber auch nochmal aufstruppen, dann in der schriftlichen Beantwortung, was wir für zusätzliche Mittel einsetzen zum Thema Handlungsstrategie, Aufwachsend in sozialer Verantwortung im Rahmen der Bildungsstrategie. Und das andere wird man auch nochmal neben die Überlastungsanzeigen, wird man nochmal in die schriftliche Antwort mit reinpacken. Ich denke, Rechnerrichtern werden Sie wahrscheinlich schon den Betreuungsschlüssel erfüllen. Die Situation ist ja aber dann, dass dort nicht berücksichtigt wird, dass es auch mal einen Krankenstand gibt, dass es zum Teil auch eine Weiterbildung braucht und dass sozusagen nicht jede Stunde, die jetzt im Arbeitsvertrag steht, ja direkt auch am Kind mit ausgeführt wird. Also das war ja auch die Aussage von Frau Krohmann im Jugendhilfeausschuss. Aber ich glaube dann, wir müssen an dem Thema wirklich dranbleiben und das ist wirklich auch wichtig für unsere nächste Generation. Danke. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Frau Bariko, Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, das Thema Wohngeld und die Dauer der Bearbeitung der Anträge treibt auch uns um. Ja, der massive Anstieg der Wohnkosten insgesamt macht das natürlich auch dringend notwendig, dass diejenigen Haushalte mit geringem Einkommen diesen Zuschuss schnell gewährt bekommen und dass der Antrag entsprechend auch schnell bearbeitet wird. Wir haben vorhin in der Frage schon gehört, in Medienberichten ist es auch immer mal wieder zu lesen, dass gerade ein großer Berg an unbearbeiteten Anträgen in der Verwaltung liegt und die Bearbeitungszeiten entsprechend sich über mehrere Monate ziehen. Eine digitale Bearbeitung der Anträge auf beiden Seiten, also einerseits, dass die AntragstellerInnen den Antrag digital einrechnen können, aber genauso auch auf Seiten der Verwaltung bei den SachbearbeiterInnen die Bearbeitung digital erfolgen kann, könnte die Bearbeitung deutlich vereinfachen und beschleunigen. Daher ist meine Frage, wann wird die vollständige digitale Bearbeitung der Wohngeldanträge in der Landeshauptstadt Dresden möglich sein? Dankeschön. Die Antwort über den Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Stadträtin Barkow, für Ihre Anfrage, die ich wie folgt beantworte. Die vollständige digitale Bearbeitung der Wohngeldanträge in der Landeshauptstadt Dresden ist erst mit Einführung der elektronischen Akte im Sozialamt im Bereich Wohngeld möglich. Gemäß der Strategie der Landeshauptstadt Dresden erfolgt damit die Einführung der E-Akte zuerst in den Ämtern, die in das neue Verwaltungszentrum, das Stadtforum und ziehen werden und deren Ämter und so dann der Ämter anderer Verwaltungseinheiten. Wir rechnen mit 2025 und folgende Jahre. Wohngeld als Mietzuschuss kann dennoch seit Ende des Jahres 2022 zumindest über einen Online-Antrag auf www.dresden.de-wohngeld beantragt werden und auch die dazu gehörigen umfänglichen Nachweise, die uns seitens des Freistaates vorgegeben werden, hochgeladen werden. Wir haben damit für die Bürger eine Art digitaler Briefkasten geschaffen und drucken dann die Post aus, um sie später wieder einzugeben. Ein Zwischenschritt zur vollständigen digitalen Bearbeitung der Wohngeldanträge ist die Schnittstelle zwischen dem Online-Antrag Wohngeld und dem Wohngeldverfahren DIVO. Diese Art der Umsetzung versuchen wir im Jahr 2023 und damit in den nächsten Monaten zu erreichen. Vielen Dank für die Antwort. Erlauben Sie eine Nachfrage dazu? Also, dass die Antragstellung bereits seit Januar digital möglich ist, begrüßen wir sehr, zumindest für die AntragstellerInnen. Auf Seiten der Verwaltung ist es natürlich belauerlich, dass die Anträge ausgedruckt und dann erneut eingetippt werden müssen. Sie sagten gerade, dass die Strategie vorsieht, dass im Jahr 2025 das Sozialamt auch eingebunden wird in die digitale Verwaltung. Gibt es Ihrer Kenntnis nach seitens des Oberbürgermeisters in Anbetracht der aktuellen Situation, also die Wohngeldreform war ja vor ein paar Jahren noch nicht bekannt, Bestrebungen, dass man hier die Reihenfolge verändert, dass das Sozialamt früher eingebunden wird und in der Priorität einfach weiter hochgesetzt wird? Nein. Vielen Dank. Schönen Dank. Nächste Frage, CDU-Fraktion, Maul Schmidt, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Stadtrat hat im Dezember 2022 auf Antrag der CDU, übrigens einstimmig, der Verwaltung den Auftrag erteilt, ein Toilettenkonzept für unsere Stadt zu erarbeiten. In den Gremienberatungen zu diesem Antrag betonte die Verwaltung mehrfach diesbezüglich bereits aktiv zu sein und ein solches Konzept zeitnah zur Beschlussfassung vorzulegen. Ich glaube, man wollte uns da mal das Signal senden, dass es ja diesen Auftrag gar nicht braucht. Der Stadtrat erteilte der Verwaltung in einem ersten Schritt den Auftrag, eine Bestands- und Bedarfsanalyse für öffentliche und öffentlich zugängliche Toiletten bis zum 31.12.2022 vorzulegen. Das mag sehr kurzfristig erscheinen, jedoch sollte man meinen, die Verwaltung verfüge über derartige Daten und könne wenigstens eine Bestandsanalyse oder eine Bestandsübersicht kurzfristig zur Verfügung stellen. Seit dem Stadtratsbeschluss sind nun vier Monate vergangen. Die geforderten Informationen liegen uns bislang nicht vor. Wann wird die geforderte Analyse dem Stadtrats vorgelegt? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage, die alten Stadtwerbeverträge sind zum 31.12.2022 abgelaufen. Und damit verbunden war auch der Wegfall der über die Stadtmöblierung in Litfaß-Säulen und an anderen Einzelstandorten finanzierten Toiletten, hier insbesondere von behinderten WCs. Welche Interims- und Ersatzlösungen hat die Verwaltung gemäß Stadtratsauftrag geschaffen? Wurden Standorte im Einzelfall mit dem bisherigen Anbieterwahl interimsmäßig verlängert? Und wenn ja, um wie viele und welche Standorte handelt es sich? Und die dritte Frage, in einem weiteren Schritt, sollte die Verwaltung unter Einbeziehung der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, aber auch verschiedener Interessenvertretungen, Bedarfe für künftige Standorte aufzeigen und daraus ein entsprechendes Toilettenkonzept erarbeiten? Aus meiner eigenen Erfahrung als Stadtbezirksbeirat in Prolis weiß ich, dass eine Einbeziehung der örtlichen Gremien noch nicht erfolgt ist. Welche Zeitschiene ist für diese Gremienbeteiligung vorgesehen? Wann können wir mit der Vorlage eines Toilettenkonzeptes rechnen, auf dessen Grundlage dann ja erst die Finanzierung und Errichtung neuer Standorte angegangen werden kann? Dankeschön. Die Antwort übernimmt, Herr Kollege Kühn. Also die gewünschte Bestands- und Bedarfsanalyse wurde durchgeführt. Es gibt da auch entsprechende Übersichts- und Auswertungstabellen, die kann ich Ihnen schriftlich nachreichen, weil wir sonst den weiteren Sitzungsverlauf mit der Verlesung dieser Übersichten verbringen würden. Es ist so, dass im Umlauf bzw. die Beteiligung aller Gremien noch nicht endgültig erfolgt ist. Wir finden uns gerade hier in der Situation, dass wir es mit wesentlichen Gremien abstimmen, so wie gewünscht, also Behindertenbeauftragten, dem Seniorenbeirat, AG, Barrierefreies Bauen und auch die Stadtbezirksamtsleiter wurden bereits eingebunden. Die Vorlage des Toilettenkonzepts wird noch im zweiten Quartal erfolgen, 23. Hinsichtlich der Interims- und Ersatzlösung mit Blick auf die ausgelaufenen Stadtwerbeverträge ist es so, dass keine Angebotslücke an Toilettenanlagen entstanden ist, weil eine Übergangslösung mit den bisherigen Betreibern vereinbart wurde. Es sind einige Anlagen, die sich größtenteils an zukünftig weiterverfolgten Standorten gemäß der Bedarfserleitung befinden und an deren Stelle keine City-Leitzäulen errichtet werden sollen, weiterhin in Betrieb. Das sind unter anderem Drachenberger Platz, Ritterstraße, Pragerstraße, Albertplatz, Jakob-Winterplatz, Rosenbergstraße, Sachsen-Halli-Weißstraße und Pirnacher Platz. Also ich gehe davon aus, dass wir noch vor der Sommerpause im federführenden Ausschuss eine erste Lesung mit dem Konzept machen können. Okay, kurz eine Nachfrage. Wir haben im Stadtratbeschluss explizit drinstehen, und ich hatte es auch in meiner Rede damals explizit erwähnt, nicht die Stadtbezirksamtsleiter sind einzubeziehen, sondern explizit die gewählten Gremien, Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte. Ist das geplant, dass im Vorfeld, bevor die Vorlage, also wenn die jetzt schon im Gremienlauf ist, im Internen, dann scheint es ja nicht mehr zu kommen, aber eigentlich war der Auftrag, dass erst die Beiräte abgefragt werden und dann entsprechend daraus das Konzept erstellt wird. Ist das noch in irgendeiner Form geplant? Wir wählen den zeitökonomischsten Weg, der zügig dazu führt, dass die Vorlage in die Gremien geht und damit auch in alle Stadtbezirke. Ich meine, im Bundestag galt das Strucksche Gesetz, dass alles, was sozusagen ins Parlament kommt, nie so rausgeht, wie es reingekommen ist. Welches Gesetz hier genau im Stadtrat gilt, wäre noch zu diskutieren, aber ich gehe davon aus, dass es, was das Toilettenkonzept angeht, auch in der Beratung der dann vorgesehenen Vorlage weiter Veränderung geht. Deshalb ist mein Petitum nicht jetzt zweistufig zu agieren, sondern eben auf Basis der Vorlage dann die Beteiligung zu machen und dann gegebenenfalls auch Veränderung, Ergänzung im Gremienlauf der Vorlage zu erwirken, damit wir zeitökonomisch hier dieses Toilettenkonzept dann auch auf den Weg bringen können. Gut, ich nehme das zur Kenntnis, allerdings rüge ich ausdrücklich, dass die Verwaltung sich nicht an den Stadtratsbeschluss hält. Das war ein einstimmiger Beschluss. Dankeschön. Nächste Frage, SPD-Fraktion, Frau Mühlbach, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Frühling kommt jetzt hoffentlich. Damit werden auch die Aktivitäten im Freien wieder zunehmen, insbesondere in der Neustadt und damit auch an der schiefen Ecke. Insbesondere dort sind ja seit Sommer 2021 die sogenannten Nachtschlichter unterwegs, ein Projekt, das der Stadtrat auch beschlossen hat. Die Nachtschlichter oder Stadtschlichter werden finanziert seit dem Sommer 2021 hauptsächlich aus Mitteln des Freistaates Sachsen, nämlich vom Landespräventionsrat. Einen weiteren Teil schießt der Stadtbezirksbeirat Neustadt hinzu. Leider, das wissen wir, wird das Projekt aber 2024 nur noch zur Hälfte durch den Freistaat gefördert werden. Das liegt in der Natur der Sache, dass der Freistaat in der Projektförderung nur den Anschub von Projekten finanziert, die sich dann irgendwann auch selber tragen sollen. In diesem Fall sind die Nachtschlichter städtische Angestellte und sollten von der Stadt finanziert werden. Zumindest ist das die Meinung meiner Fraktion. Immerhin soll das Team ja perspektivisch auch anwachsen auf bis zu 20 Personen. Das konnte man zumindest der Presse in den letzten Tagen entnehmen. Deshalb bitte ich Sie um Beantwortung der Frage, wie gedenken Sie und aus welchem Topf perspektivisch diese städtische Aufgabe zu finanzieren. Auch diese Frage würde ich übernehmen. Die Finanzierung des Projektes im Jahr 2023 ist gesichert. Wie schon richtig festgestellt, bekommen wir in diesem Jahr noch 75 Prozent durch den Freistaat gefördert. Insgesamt beträgt der Umfang des Projektes derzeit ca. 184.000 Euro. Mit 10 Prozent, das sollte nicht unerwähnt bleiben, da auch noch einmal herzlichen Dank an den Stadtbezirksbeirat in Altstadt. 10 Prozent werden aus dem Budget des hiesigen Stadtbezirksbeirats zur Verfügung gestellt. 5 Prozent kommen über das Programm, lokales Handlungsprogramm für Ordnung und Sicherheit. Für 2024 sieht die Sache dann schon leider ein bisschen anders aus. Es wird zurzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, die Finanzierungslücke zu schließen. In 2024 bekommen wir noch 50 Prozent letztendlich vom Freistaat gefördert. Es ist wieder angedacht, vorausgesetzt, der Stadtbezirksbeirat würde zustimmen, dass 10 Prozent entsprechend aus dem Budget Neustadt kommen. Und hier würde eine derzeitig prognostizierte Finanzierungslücke von 72.000 Euro entstehen, wo wir uns der Verwaltungsinternen, aber auch natürlich gemeinsam mit dem Stadtrat Gedanken machen müssen, wie diese Lücke dann entsprechend geschlossen werden kann. Und ab 2025, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wird es keine Förderung mehr geben vom Freistaat. Dort müsste man also zu 100 Prozent quasi aus dem städtischen Haushalt finanzieren, wo man ungefähr auch wieder bei der derzeitigen Personalstärke mit 180.000 Euro rechnen müssten. Wenn wir, wie gerade gesagt, weiter verstärken wollen, würde sich die Haushaltgröße natürlich weiter verstärken, beziehungsweise wird das dann im Geschäftsbereich zu klären sein im Rahmen der Haushaltsaufstellung 25, 26, inwieweit das eingeordnet werden kann oder inwieweit mit dem Stadtrat dann in den Gremienberatungen gesprochen werden kann, wie dann im Zuge der Beratung diese Mittel dann aufgetrieben werden. Aber auf jeden Fall liegt der Ball erstmal bei der Verwaltung und dort werden wir dann sehen in den Haushaltsverhandlungen, ob das eingeordnet werden kann oder eben nicht. Das kann natürlich noch nicht ganz befriedigend sein, aber das liegt in der Natur der Sache. Zumindest der Stadtbezirksbeirat Neustadt hatte seine Bereitschaft ja schon erklärt, dort weiter mitzufinanzieren. Meine Bitte also an die Verwaltung nochmal sehr deutlich, das auch bei der Haushaltsaufstellung 25, 26 mit im Auge zu behalten. Und ich habe keine Nachfrage. Okay, Dankeschön. Dann nächste Frage, Holger Zastrow, FDP-Fraktion. Ja, bei der Suche nach geeigneten Unterköpfen für Flüchtlinge und Asylbewerber ist ja hin und wieder auch mal von der Unterbringung von allein reisenden Männern im Ortsteil Marsdorf die Rede. Die Rede ist davon, dass man im dortigen ehemaligen Landgasthof 39 Plätze schaffen will. Das ist für die sehr, sehr dürfliche Infrastruktur dort oben natürlich ein Problem, zumal es auch überhaupt keinerlei Infrastruktur in der Gegend gibt. Es ist schon klar, dass die Menschen da Nachfragen haben. Die Nachfragen habe ich jetzt auch. Mich würde interessieren, was genau plant denn die Stadt dort, wie weit sind die Planungen vorangeschritten. Und dann wurde auf der Bürgerversammlung der Dreikönigskirche angekündigt, dass das am Ende durch eine Vorlage im Stadtrat entschieden werden soll. Deswegen meine Frage, wann kommt die Vorlage, wenn denn was in Marsdorf geplant ist, zu Marsdorf in den Stadtrat? Vielen Dank. Dankeschön. Herr Kollege Kühn gibt die Antwort. Es laufen derzeit mit der Eigentümerin Verhandlungen hinsichtlich eines Mietvertrags. Diese Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wenn die positiv abgeschlossen wären, würden wir eine Stadtratsvorlage Ihnen vorlegen, die natürlich dann auch vorsieht, dass der Wirtschaftsrat Weixdorf im Gremienlauf beteiligt würde, wann die Vorlage vorgelegt werden kann und hängt, wie gesagt, von den weiteren Verhandlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, ab. Insofern kann ich Ihnen da auch keinen Zeitpunkt nennen. Der Stadtrat hat im Dezember ja beschlossen, dass Objekte für die Unterbringung von Menschen im Zusammenhang mit Flucht und Kontext, Flucht und Asyl, die länger als ein halbes Jahr vorgesehen sind. Das wäre dann in dem Fall einer Stadtratsvorlage bedürfen. So würden wir auch verfahren, wenn die Verhandlungen dann zu einem positiven Abschluss geführt werden, wenn gleich klar ist, dass dort für dieses Objekt in jedem Fall eine Betreibung nicht durch die Eigentümerin stattfinden würde, sonst würde ein Vertreibervertrag geben. Das Betreiberkonzept muss erarbeitet werden. Das würde dann auch eben entsprechend im Wege einer Ausschreibung generiert werden. Also ich habe es richtig verstanden. Die Entscheidung obliegt dem Stadtrat. Das ist keine Informationsvorlage für den Wirtschaftsrat Weixdorf, sondern wir im Stadtrat werden am Ende dann die Entscheidung darüber treffen. Die zweite Frage ist, Sie verhandeln direkt mit der Eigentümerin oder über Makler? Also verhandelt wird mit einer Vertretung der Eigentümerin. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und ja, der Stadtratsbeschluss vom Dezember bedeutet, so wie bei den mobilen Raumeinheiten, dass Sie das entscheiden. Gut, danke. Okay, schönen Dank. Und zum Abschluss der zweiten Fragerunde, Thorsten Nitsche, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Herr Kühn hat am 13. April diesen Jahres in der Sächsischen Zeitung ein sicherlich mit dem Oberbürgermeister in inhaltlichen Positionen abgestimmtes Interview gegeben. In diesem erklärt er, wie er sich gesteuerte Verkehrspolitik vorstellt. Verkehrspolitik ist demnach barrierefrei krisenfest und sichert eine hohe Lebensqualität. Etwas, was wir sicherlich hier alle im Rat zustimmen können. Aber meines Erachtens nach muss Verkehrspolitik auch auf die Individualität der Nutzer eingehen und auf ihre finanziellen Möglichkeiten. Das habe ich jetzt sozusagen in den Vorstellungen bis dato noch nicht erkannt. Im besagten Interview fordert Herr Kühn unter anderem, die Dresdner Verkehrsbetriebe dürfen künftig nur noch Elektrobusse anschaffen, also keine Technologieöffenheit, zusätzliche Ladeparks im öffentlichen Straßenraum, bis 2030 der Anteil an E-Autos auf 50% erhöhen, den Anteil privater Fahrzeuge reduzieren, Carsharing nahezu vervierfachen. Meine Fragen hierzu, welche konkreten Maßnahmen sind in den nächsten fünf Jahren mit diesen Zielen verbunden und welche Kosten verbergen sich hinter den einzelnen Maßnahmen? Und wo sind genau diese Kosten in der aktuellen Haushaltsplanung bzw. der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt? Dankeschön. Herr Kühn-Münder. Ich freue mich, dass meine Interviews aufmerksam gelesen und ausgewertet werden. Das begrüße ich also ausdrücklich. Der Stadtrat hat ja Leitziele für den Dresdner Mobilitätsplan 2035 plus beschlossen. Das ist sozusagen erstmal der Rahmen der Zielsetzung. Auf diesen Beschluss bin ich ja in dem Interview auch eingegangen. Zu den einzelnen Fragen Elektrobusse. Es gibt die Clean Vehicle Directive, die den Rahmen gibt von Seiten der EU, sodass die Landeshauptstadt ja auch keinen Spielraum hat. Das heißt, die Anschaffung von Dieselbussen für den ÖPNV ist ab 2030 auch nicht mehr zulässig. Deswegen werden bei der ohnehin erforderlichen Ersatzbeschaffung Elektrobusse bestellt. Mir ist keine andere Strategie der DVB bekannt bzw. des Aufsichtsrats, dem ich ja auch angehöre. Bei der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum geht es darum, dass wir als Landeshauptstadt die Rahmenbedingungen verbessern für die Elektromobilität. Das heißt, das sind zum einen die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung von Ladeinfrastruktur. Und wir planen auch, so wie die Bundesregierung das im Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vorsieht, vorsieht, dass wir eben lokale Masterpläne Ladeinfrastruktur erarbeiten für Ladeparke oder Ladehubs am oder in der Nähe des öffentlichen Straßenraums. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen diese Infrastruktur selber errichten oder betreiben, sondern dass wir eben die Flächen dafür zur Verfügung stellen und ergänzend, und das ist ja am Ende auch der Kern der Infrastruktur, die vorhanden ist, haben wir die stadteigenen Mobi-Punkte, die ja an vielen Stellen schon Ladeinfrastruktur, sowohl Normal- als auch Schnelllader, vorweisen. Und da sind wir, was die flächendeckende Anbindung angeht, diese Infrastruktur auch im Bundesvergleich oder beziehungsweise mit Blick auf die derzeit vorhandenen Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet auch gut ausgestattet. Das Klimaschutzgesetz, also das Bundes, schreibt ja eine klimaneutrale Mobilität bis 2045 vor. Das bedeutet für Dresden ein Minus von 65 Prozent bis 2035. Der Stadtrat hat ja Klimaneutralität für 2035 bis 2040 beschlossen. Da es auch weiterhin individuelle Kfz-Mobilität möglich sein soll und wird, müssen die Antriebe der Fahrzeuge emissionsfrei im Rahmen der geltenden technischen Vorschriften sein. Diese Entwicklung wird vom oben genannten Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt. Was das Carsharing angeht, so verweise ich auch auf den Beschluss der Schengen-Leitlinien hier im Stadtrat. Heute ist es so, dass die privaten PKWs in Dresden weniger als eine Stunde pro Tag und an vielen Tagen gar nicht bewegt werden. Lediglich 23 Prozent der Dresdnerinnen und Dresdner fahren nur mit dem PKW. Viele wechseln bereits innerhalb ihrer Alltagswege das Verkehrsmittel, sind also multimodal unterwegs. Beim Carsharing ist es so, dass wir ein Potenzial bis 2035 für 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner sehen, die also Carsharing nutzen können. Die jüngst beschlossenen, wie gesagt, Schengen-Leitlinien unterstützen diese Entwicklung. Die ca. 500 Carsharing-Fahrzeuge, die wir derzeit haben, und das soll über die Schengen-Leitlinie auch weiter ausgebaut werden, sparen bei einer Ersatzquote von sechs Fahrzeugen, also ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt sechs private Fahrzeuge, etwa 3.000 private PKW und damit über 16 Kilometer beparkten Straßenraum in Dresden, was dann ein Straßenraum ist, der gerade in Quartieren mit einem hohen Parkdruck entlastet wird. Die angesprochenen Punkte Elektrobusse, Lade, Parks, Infrastruktur, Verkehrsraum, Steigerung im E-Auto-Anteil, Erweiterung Carsharing, werden also nicht direkt durch die Landeshauptstadt umgesetzt, sondern wir sorgen für die Rahmenbedingungen. Hier sind die privaten gefordert und auch die Unternehmen. Und unser Wirken bezieht sich eben, wie ich schon sagte, auf die Rahmenbedingungen, die wir in den einschlägigen Projekten, die Sie ja auch zum Teil hier schon beschlossen haben, dann eben auch umsetzen und finanzieren. Vielen Dank. Jetzt habe ich auf meine Fragen nach konkreten Maßnahmen und konkreten Kosten sozusagen gehört. Es gibt lokale Masterpläne, E-Laden und es werden Grundstücke zur Verfügung gestellt, aber es fallen im Grunde genommen keine weiteren Kosten an, denn die Landeshauptstadt stellt ja nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Ich bleibe mal bei einem konkreten Vorschlag, den Sie in dem Interview gemacht haben, und zwar den Anteil der E-Autos. Sie wollen den Anteil der E-Autos bis 2030 auf 50 Prozent erhöhen. Wir haben aktuell in Dresden 230.000 zugelassene Pkw in etwa. Aktuell davon 3.000 E-Autos. Das bedeutet, es gibt entweder einen ganz massiven, über 150.000 in der Größenordnung, weil die Zuwachsraten bei den E-Autos weiter so steigen wie jetzt, über 150.000 Pkw, konkret weniger in der Landeshauptstadt oder einen ganz, ganz massiven Förderung von E-Autos, sodass wir auf diese Größenordnung kommen, dass wir die 50.000 haben. Und das, was Sie sich da vornehmen, müssen Sie ja irgendwie konkret mit Maßnahmen und auch mit Kosten verbinden. Mit welchen? Also nochmal, der Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung fordert die Kommunen auf, lokale Masterpläne zu arbeiten. Das tun wir in diesem Jahr. Der liegt noch nicht vor. Und wenn er vorliegt, werden wir ihn auch zur Beschlussfassung entsprechend vorlegen. Weil letztendlich geht es ja darum, dass solche Ladeparke auf öffentlichen Flächen, also Eigentum der Landeshauptstadt Dresden, genutzt werden. Dass also Flächen letztlich verpachtet, vermietet werden, um Ladeinfrastruktur sozusagen dort über eine Konzessionsvergabe beispielsweise zu errichten und zu betreiben. Jenseits beispielsweise von Tankstellen oder eben in teilöffentlichen Räumen wie Supermärkten oder eben im Privaten. Bisher ist die Ladeinfrastruktur, die an den Mobipunkten entstanden ist, zu 100 Prozent im Rahmen eines Förderprogramms gefördert worden. Und die Zahlen, die Sie jetzt nannten, wie viele Elektrofahrzeuge wir brauchen bis 2030 beziehungsweise im Folgenden, das sind Zahlen, die mal hoch skaliert haben, was es bedeuten würde, die Klimaschutzziele, die der Stadtrat beschlossen hat beziehungsweise wo der Bundesgesetzgeber den Rahmen gibt, zu erfüllen. Also das heißt, das ist das, was rechnerisch dazu führt, als eine Modellrechnung, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Was wir tun können, sind dafür die Rahmenbedingungen, nicht alleine, mit Land und Bund, zu schaffen, dass dies ermöglicht wird. Okay, ich danke für die Ausführungen. Schönen Dank, damit haben wir den Top 3 abgeschlossen.